meine damen und herren heute das sportliche ziel alles was sie über wahrscheinlichkeitsrechnung wissen müssen ein kurzes video zu packen das aber gar nicht den anspruch hat self contained oder sozusagen allein komplett zu funktionieren ich glaube die wahrscheinlichkeitsrechnung profitiert davon dass wir sie einmal relativ knackig technisch mathematisch uns anschauen das würde hier geschehen im video und dass sie das zum anderen ergänzen durch schöne beispiele wie sie sie im seminar bekommen und auch dass in der hinsicht sehr sehr gute lehrbuch von wirts und nachtigal was ihnen auch zur verfügung stehen sollte bzw was sie sich auf jeden fall zu gemüte führen sollten im band 2 der band 2 eröffnet mit der wahrscheinlichkeitsrechnung und erstellt auch die basis dessen da was ich ihnen erzähle wenn wir heute über wahrscheinlichkeit sprechen dann müssen wir erst mal davon ausgehen dass wir ein zufallsprozess haben die statistikerin die stochastikerin also die wahrscheinlichkeitsrechnerin meint mit einem zufallsprozess ein prozess bei dem wir nicht genau wissen was genau gleich passieren wird wir wissen aber was alles passieren kann wir können diesen raum als griechisch omega bezeichnen omega nennt den tatsächlich raum manchmal so ein raum von ereignissen können sich auch vorstellen wie ein sack voller mögliche ereignisse zum beispiel beim würfelwurf könnte das sozusagen ein ereignis a sein und ein ereignis b und dann könnte das so weitergehen c d e f genau bis zu f sozusagen zum beispiel sechs mögliche ereignisse sie könnten auch wir könnten allerdings diesen raum auch so definieren dass wir sagen da gibt es ein ereignis a zum beispiel da kommt gleich eine 3 das ist das ereignis a was ich definiere mit dessen wahrscheinlichkeit interessiert uns vielleicht gleich und dann gibt es aber auch alles was eben nicht a ist dass dieses kleine präludium zum zufall muss ich kurz vorne weg machen weil wir uns sozusagen klar machen müssen dass wir uns jetzt gleich für die wahrscheinlichkeiten bestimmter ereignisse interessieren dass es immer wieder wichtig ist sich zu überlegen ein ereignis kann das eigentlich zusammen mit einem anderen ereignis auftreten kann das können in unserer sprache schon sagen kovariieren mit einem anderen ereignis oder ist es nicht eher so dass es vielleicht disjunkt ist wie hier gezeigt das ereignis a also zum beispiel der würfel zeigt gleich die 3 ist einfach disjunkt von dem ergebnis der würfel zeigt gleich nicht die 3 was die wahrscheinlichkeitsrechnung erst mal braucht vorneweg sind ein paar wenige grundannahmen grundfesten auf denen sie gut und diese grundannahmen die können wir auch nicht beweisen die kann in dem sinne niemand beweisen deshalb sind es so genannte axiome und die axiome der wahrscheinlichkeitsrechnung den haben sie vielleicht auch hier oder da schon mal gehört derer gibt es drei und die lassen sich wenn man das hier oben sieht schon ganz gut bestimmen das erste axiom besagt einfach nur wahrscheinlichkeit die wir gleich mit p bezeichnen und die wir ganz generell meistens mit p bezeichnen die liegt irgendwo zwischen 0 und 1 das ist trivial aber das muss man sich klar machen wenn man irgendwo eine 1,15 sieht dann ist es keine wahrscheinlichkeit nach diesem axiom und es ist auch sehr hilfreich dass axiome zwischen 0 und 1 liegen man muss sich dessen nur bewusst sein das zweite axiom greift dann direkt auf diesen raum aller möglichen ereignisse zurück die ich oben bestimmt habe und der besagt die wahrscheinlichkeit dieses ereignisses omega dieses ganzen raumes zusammen ist gleich 1 genau deshalb nennen wir omega also sozusagen die zusammenfassung aller möglichen ausgänge unseres zufallsexperiments dass wir gleich durchführen ebenfalls auch das sichere ereignis sicheres ereignis weil was sicher ist entspricht einer wahrscheinlichkeit von 1 und die dritte axiom ist eigentlich auch schon die erste und einzige so richtige rechenregel auf der dann alles weitere fußt oder sich daraus eben herleiten lässt die eigenschaft eines axiom und zwar besagt diese dritte regel wenn ich mir den zusammenschluss oder die union wie mehr wie wir im englischen vor allem union vor allem sagen zweier disjunkter ereignisse angucke dann entspricht das der wahrscheinlichkeit von a summiert also einfach addiert mit der wahrscheinlichkeit von b ja das hier also die sogenannte juni logisch logisches oder nennt man das auch ein bisschen komisch ist was eigentlich und sein soll aber es heißt also entweder a tritt ein oder b tritt ein eins dieser beiden dinge tritt ein wenn das der fall ist dann darf ich die beiden einfach zu mir das sind die drei axiome und dies uns geht aus diesem letzten ergibt sich im übrigen oder aus diesen zwei zusammen würde ich sagen kann ich auch schon eine ganz weitere wichtige eigenschaft im kopf behalten nämlich wenn ich mache es jetzt mal mit a und versus a strich also nicht a also zum beispiel der würfel zeigt gleich eine 3 oder der würfel zeigt irgendwas anders nur keine 3 wenn mich solche fälle interessieren dann ist es auch sehr sehr sinnvoll aus diesen axiomen heraus gleich zu wissen dass also die wahrscheinlichkeit eines ereignisses immer auch gleich 1 minus sein komplement sozusagen ist ja also nicht a das ist ganz wichtig und das werden wir sicher auch hier oder da noch manchmal verwenden wenn ich jetzt sage ich kann also jetzt mir noch mal kurz das ist vielleicht wichtig sich das noch mal anzuschauen den ereignis auf omega den kann ich mir einfach immer wie so ein spielfeld vorstellen und auf diesem spielfeld gibt es bestimmte ereignisse die man in so einem so genannten wenn die akram dann darstellen kann man könnte zum beispiel sagen das ereignis a ist das das ereignis nicht a ich weiß gar nicht ob ich das jetzt mal einzeigen soll ich kann es ja mal kurz einmal kurz machen das alles hier wäre das ereignis nicht a ja sagen entweder a oder nicht a mache ich aber wieder weg und male uns stattdessen weil spannend dafür fast alles was wir ausrechnen wollen ein ereignis b hier ein nur einmal mit einer anderen farbe das werde ich nicht ganz durchhalten können ein ereignis b das sehen sie das jetzt eben nicht disjunkt ist von a sondern die form hier gemeinsam so eine sogenannte schnittmenge und diese schnittmenge die bezeichnen wir das natürlich auch mit die wichtigste bezeichnung als dann logisches und hier a geschnitten mit dann dieses umgedrehte u geschnitten mit b das ist die schnittmenge und von der wird noch sehr viel zu sprechen sein denn auf der fungieren auf der basieren dann vieles dessen was wir im weiteren noch ausrechnen wollen so nächstes blatt welche rechenregeln müssen wir denn kennen wenn wir rechenregeln wenn wir tatsächlich mit wahrscheinlichkeiten rechnen wollen ähm ich traue mich mal zu sagen dass die wichtigste rechenregel die man kennen muss die sogenannte multiplikationsregel ist oder auch äh chain rule die multiplikationsregel oder product rule im englischen oder chain rule besagt ganz ähm allgemein diese soeben gezeichnete schnittmenge das logische und aus zwei möglichen ereignissen die eintreten können ergibt sich als achtung jetzt führen wir gleich das nächste entspannende ein ergibt sich als bedingte wahrscheinlichkeit huch was ist denn eine bedingte wahrscheinlichkeit mache ich hier erstmal so einen strich und müssen gleich mal besprechen was das ist als bedingte wahrscheinlichkeit von der wahrscheinlichkeit von b wenn a sicher vorliegt das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie erstmal wie eine verkleinerung dieses ganzen ereignis raum also wir sind auf jeden fall schon mal in dem kreis von a a ist sicher deshalb steht es hier hinter diesem strich a ist gesetzt a steht nicht mehr äh zur disposition aber wir fragen dann wie wahrscheinlich wenn wir uns also in diesem in diesem raum subraum von a bewegen a ist sicher wie wahrscheinlich ist dann dass dann b eintritt das ist eine sogenannte bedingte wahrscheinlichkeit und diese bedingte wahrscheinlichkeit die muss sich achtung ein ausdruck den ich auch sehr oft schon verwendet habe auch in dieser vorlesung schon die muss sich gewichten mit der wahrscheinlichkeit ich kann auch sagen wir könnten jetzt eigentlich auch gerade sagen mit dieser größte oder fläche dieses a kreises ja also wenn sie nochmal äh kurz ein bisschen zurückspulen ich kann das vielleicht auch machen hier hatten wir es gerade gesehen wenn wir sagen ähm uns interessiert eigentlich diese schnittmenge hier ja kannst du hier auch nochmal hinschreiben das gleiche was ich da von anders leid geschehen wenn es das interessiert dann kann ich sagen ich nehme die bedingte wahrscheinlichkeit von b die geben a das ist sozusagen diese fläche hier aber die habe ich jetzt nur bis jetzt nur ausgedrückt als anteil an a und um zu wissen was das wirklich wert ist also wie groß die wahrscheinlichkeit wirklich ist muss ich sie eben nochmal skalieren gewichten mit der wahrscheinlichkeit von a also mit wie viel fläche des ganzen ereignisraumes nimmt denn a überhaupt ein dazu müssen wir jetzt auch vielleicht einfach mal kurz ein beispiel machen man muss mal kurz einfach sagen was könnte denn das jetzt zum beispiel sein ich könnte zum beispiel fragen äh was ist die wahrscheinlichkeit auf dem campus oder so einer äh einer weiblichen vegetarierin zu beginnen weiblich vegetarierin kann ich dann und das schreibe ich auch manchmal so ich kann also sagen was ist die wahrscheinlichkeit weiblich zu sein und gleichzeitig also logisches und ähm äh vegetarierin zu sein das schreiben wir im übrigen manchmal oder sie sehen das manchmal in Büchern auch einfach so geschrieben mit einem Komma also diese beiden ähm ereignisse das wäre jetzt also quasi die äquivalente schreibweise dann könnte ich doch sagen aha ich muss also erstmal gucken ähm wie viel vegetarierin gibt es denn unter den Frauen mit menge angucken gegeben dass wir uns in einem dieser kreise schon bewegen und dann muss ich den aber gewichten mit der wahrscheinlichkeit dieses kreises also zum beispiel wie viele frauen gibt es denn überhaupt was ist die wahrscheinlichkeit einer Frau zu begegnen ja warum heißt das ähm multiplication oder chain rule das kann man sich überlegen wenn man zwei ereignisse hat die eben nichts miteinander zu tun haben Frau sein vegetarier sein mag oder mag nichts miteinander zu tun haben wir nehmen aber mal ein beispiel wo wir uns schneller drauf einigen können dass sie wirklich nichts miteinander zu tun haben nämlich wenn ähm a wirklich unabhängig ist dann hat man manchmal auch so ein orthogonal Zeichen äh wenn a wirklich orthogonal zu b ist dann verkürzt sich nämlich diese Formel da oben auf interessante Weise dann passiert nämlich folgendes wenn ich dann frage was sind die Wahrscheinlichkeit ähm zum beispiel was ich hier gerne mache ist a könnten wir sagen ist ähm äh ein Junge zu sein und b wäre blond zu sein ja ähm wenn ich das so hinschreibe würden sie mir zustimmen das hat wahrscheinlich nichts miteinander zu tun blonde Menschen gibt es oder Männer und Frauen genauso also vielleicht sind die beiden Sachen unabhängig wenn sie unabhängig sind und wir suchen trotzdem nach der Wahrscheinlichkeit da draußen einem blonden Jungen zu begegnen dann verkürzt sich dieser Ausdruck ja erstmal können wir ihn genauso hinschreiben wir können sagen also was ist die Wahrscheinlichkeit blond zu sein wenn du ein Junge bist gewichtet mit der Wahrscheinlichkeit ein Junge zu sein und jetzt kommt was aber was sehr sehr wichtiges hier herein wenn zwei Dinge unabhängig sind dann gilt also erstens das es gilt aber zweitens auch die Wahrscheinlichkeit ich schreibe es mal hier hin die Wahrscheinlichkeit von b gegeben a wenn a und b unabhängig sind ist unverändert ist unverändert zur Wahrscheinlichkeit gegeben b das heißt anders ausgedrückt diese Zusatzinformation zu haben dass es sich hier um ein Junge handelt das ist hier durch dieses a gezeigt tut überhaupt nichts zur Sache und ändert nichts an der Wahrscheinlichkeit dass jemand blond ist also das hier ist ebenfalls der Fall wenn sozusagen Unabhängigkeit gegeben ist dann haben wir quasi hier diesen Fall und damit verkürzt sich dann dieser Ausdruck pb gegeben a einfach zu pb ja also vielleicht machen wir das hier nochmal wir sagen passen Sie auf eigentlich machen wir das anders wir können das hier oben eigentlich nochmal wegmachen und können sagen wenn wenn a wirklich unabhängig zu b dann verkürzt sich dieser Ausdruck diese berühmte Chain Rule einfach zu was ist die Wahrscheinlichkeit a und b gleichzeitig zu beobachten das entspricht einfach der Multiplikation der Wahrscheinlichkeit a zu beobachten mal der Wahrscheinlichkeit b zu beobachten und das wird uns in der Statistik noch öfters begegnen dass wir sagen wir haben ja zum Beispiel Probanden unabhängig gezogen aus einer Stichprobe und entsprechend können wir bestimmte Auftretenswahrscheinlichkeiten die wir dann am Schluss beobachtet haben wir haben Proband 1 Proband 2 Proband 3 beobachtet weil wir aber von ausgehen dass die unabhängig sind können wir die Auftretenswahrscheinlichkeiten einfach multiplizieren mit dieser Multiplikationsregel so das war die erste wichtige Rechenregel die Multiplikationsregel die zweite wichtige Rechenregel kommt dann eigentlich gleich hinterher oder eigentlich ja ok Multiplikationsregel hatten wir gesagt ich schreibe sie oben nochmal hin Multiplikationsregel Multiplikationsregel in ihrer allgemeinen Fassung nochmal die Wahrscheinlichkeit dass a und b auftreten also die Schnittmenge ergibt sich als das ist das sehen wir auch gleich das ist eigentlich egal ob ich so schreibe mal die Wahrscheinlichkeit von b oder ob ich schreibe da das genau gleich bedeutend ist mit der wahrscheinlich also diese Schnittmenge gibt es nur einmal die Schnittmenge aus a und b die ist die gleiche ob ich die Schnittmenge aus a und b oder aus b und a bilde also kann ich diesen Ausdruck auch ganz einfach umdrehen und kann sagen Wahrscheinlichkeit von b gegeben a mal der Wahrscheinlichkeit von a genau das ist die Multiplikationsregel und die führt uns was ich gerade hier hinten hingeschrieben habe diese Gleichsetzung sehen sie das ich mache da mal noch in einer anderen Farbe kurz hier eine einfach so ein Kästchen drumrum für jene von ihnen die bei mir schon in der Empirie letztes Jahr oder auch vorletztes Jahr saßen oder irgendwie die manchmal in diesem Modul Grundlagen der Empirie rumhängen und eigentlich auch für alle anderen die mal an der Stochastik schon hier oder da vorbeigekommen sind die würde wenn sie das jetzt lang genug anschauen und diese vier Terme hier die quasi hier stehen als Gleichsetzung und dann irgendwelche sind miteinander multipliziert wenn sie sich das genauer anschätzen dann führt es ziemlich schnell zu dem sogenannten Satz von Bayes Thomas Bayes Pastor aus dem aufpassen welches Jahrhundert war das 17. Jahrhundert glaube ich Bayes hat eigentlich das sozusagen berühmt gemacht Apostum erst wurde das veröffentlicht da war der schon lang unter der Erde hatte da sich mal wieder in so einen Gottesbeweis verstrickt und dabei gezeigt dass wir die sogenannte umgekehrte bedingte Wahrscheinlichkeit ausrechnen können und das ist jetzt vielleicht so wenn man mit A's und B's hantiert extrem trocken möchte ich auch sagen oder sehr fernab ihrer Lebensrealität aber der Satz von Bayes beschäftigt uns eigentlich jeden Tag und führt auch zu allerlei Fehlschlüssen bei uns ich schreibe ihn jetzt einmal hin alles was ich gleich tun werde ist ich kann einfach diese Ausdrücke da oben nehmen was haben wir denn da wir haben stehen wie wahrscheinlich ist ein Ereignis A wie wahrscheinlich ist ein Ereignis B und dann haben wir hier oben schon ausgedrückt ihre Beziehung der bedingten Wahrscheinlichkeiten und der Satz von Bayes den kann ich mir einfach so vorstellen was ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit dass B jetzt gerade vorliegt wenn ich weiß dass A mir gegeben ist dass A vorliegt ich kann es ja eigentlich nochmal von da oben übernehmen ich kann sagen dass jetzt mache ich nichts anderes als das mal abzuschreiben was da oben steht da oben steht ja die eine bedingte Wahrscheinlichkeit die bedingte Wahrscheinlichkeit von B gegeben A mal wie groß war die Wahrscheinlichkeit von A das ist genau das gleiche weil das eine Schnittmenge beschreibt wie die Wahrscheinlichkeit von A gegeben B mal also das lohnt sich vielleicht doch nochmal kurz dass wir uns das an diesem Kuchen angucken es gibt nur eine Schnittmenge und ich kann die entweder ausdrücken als die Wahrscheinlichkeit von A gegeben B muss das dann aber skalieren sozusagen an der Wahrscheinlichkeit von B oder ich drücke es aus an die Wahrscheinlichkeit von B gegeben A muss es dann aber gewichten mit der Wahrscheinlichkeit mit der Größe der Fläche in diesem Ereignisraum mit der Wahrscheinlichkeit von A gut soweit waren wir und jetzt mit Schulmathematik 8. oder 9. Klasse oder wann immer man sowas macht durch einfaches Umformen sehen Sie jetzt vielleicht schon wenn Sie diesen Ausdruck hier scharf angucken wie Sie einfach und ich mache das jetzt mal knallhart durch wegradieren diese bedingte Wahrscheinlichkeit eigentlich ermitteln können indem Sie diesen Ausdruck hier teilen durch die Wahrscheinlichkeit von A sehen Sie das und da müssen wir jetzt mal kurz uns ein Beispiel wenigstens mal kurz überlegen wir könnten zum Beispiel jetzt nämlich kurz überlegen was wir da sagen wir könnten in einem Beispiel bleiben was uns eigentlich relativ vertraut ist zur Zeit Testergebnis und Krankheit wir können sogar was Positives vielleicht draus machen und könnten könnten sagen uns interessiert eigentlich B du bist jetzt immun gegen CofSARS 2 oder wie unser Lieblingsvirus hier in der Pandemie 2020 gerade heißt du hast also eigentlich ob du es weißt oder nicht eine Infektion schon überstanden und abhängig davon ob das jetzt eine richtige Covid-19 Erkrankung wurde oder nicht aber dein Körper hat dich mit dem Virus schon auseinandergesetzt wie wahrscheinlich ist es dass du schon immun bist auf der Basis dass du gerade so einen Test gemacht hast und dieser Test sagt ja Test kommt sozusagen positiv zurück kann man sagen es ist dann so ein Antikörpertest da heißt sozusagen wenn der anschlägt du hast schon Antikörper gebildet gegen diesen das wäre was was uns sehr interessiert wenn wir und was tatsächlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Virologen Politiker wahrscheinlich gerade sehr interessiert letztlich heißt es ja eigentlich wie verlässlich ist so ein Test sollte ich so einem Test glauben und der Satz von Bayes besagt uns jetzt dass wir so eine bedingte Wahrscheinlichkeit finden können indem wir die umgekehrte bedingte Wahrscheinlichkeit betrachten und diese quasi multiplizieren mit sozusagen der a priori Wahrscheinlichkeit wie a priori wahrscheinlich war es denn dass du schon immun bist sprich wie viel immun wie viel immunologie ne immunologie sagt man nicht immunität verzeihung wie viel immunität haben wir denn schon so in der Bevölkerung hier nehme ich mal nochmal eine andere Farbe weil diese Ausdrücke die sollte man jetzt ein bisschen bezeichnen im Satz von Bayes bezeichnet man das hier drüben was einen interessiert auch als a posteriori Wahrscheinlichkeit also wie hat sich die Wahrscheinlichkeit dass du immun bist jetzt eigentlich wie sollte sich unser unser Glauben sozusagen unser subjective belief an die Immunität von dir jetzt geändert haben gegeben dass das Testergebnis zurückkam als positiv das hängt natürlich ein bisschen davon ab wie die a priori oder auch manchmal auch einfach englisch prior als prior bezeichnen als wie wahrscheinlich es von vornherein war dass du immun bist und das Ganze wird gewichtet mit dieser bedingten Wahrscheinlichkeit der sogenannten Likelihood dieser Ausdruck hier heißt das ist wirklich ein statistischer Fachterminus den wir uns jetzt einfach einmal zu Gemüte führen müssen das ist die sogenannte Likelihood wie wahrscheinlich ist es diesen Testausgang zu haben wenn du immun bist das ist sozusagen man könnte auch sagen man hat im Grunde einen Zustand zum Beispiel Immunität und wie wahrscheinlich ist es jetzt dass der zu einem positiven Testergebnis führt das ist nicht dasselbe als das was wir hier als Aposteriori aufgeschrieben haben die Wahrscheinlichkeit dass du wirklich immun bist wenn der Test das behauptet und wegen dieser Gleichsetzung die wir hier oben rechts im Eck haben muss es eben so sein dass die genaue Wahrscheinlichkeit erst stimmt nachdem wir hier unten noch für die sogenannte Marginal oder auch Randhäufigkeit oder auch totale Häufigkeit des Ereignisses A kontrolliert haben indem wir hier dadurch teilen wir können auch sagen diesen Ausdruck hier oben den skalieren wir wiederum an dieser sogenannten Marginal Probability oder an der Wahrscheinlichkeit von A und das was wir hier sehen es ist der Satz von Bayes der wird uns auch noch sehr beschäftigen ich kann an der Stelle wieder noch einmal mein Lieblingsbeispiel hier hinschreiben es ist natürlich wichtig zu bedenken dass die Wahrscheinlichkeit dass meine Hypothese wahr ist gegeben ein paar Daten die ich beobachtet habe nicht unbedingt gleich der Wahrscheinlichkeit der Daten ist wenn die Hypothese ist sondern die spielt schon eine Rolle es hat damit schon was zu tun natürlich ist es schon so dass die Wahrscheinlichkeit der Daten also bestimmte Daten zu beobachten wenn die Hypothese wahr ist das hat damit was zu tun aber damit es ganz genau hinhaut muss ich das mit einer a priori Wahrscheinlichkeit der Hypothese multiplizieren wie wahrscheinlich ist es denn eigentlich dass meine Hypothese wahr ist und das kann natürlich sehr unterschiedlich sein abhängig davon was für die Hypothese lautete ich mache jetzt kein Beispiel ob das eine Quatschhypothese war oder ob das eine sowieso sehr naheliegende Common Sense artige Hypothese war und das Ganze muss ich dann teilen und das sehen wir auch können Sie sich jetzt schon vorstellen dass das irgendwie oft das Schwierigste ist durch die Wahrscheinlichkeit der Daten also unter allen möglichen Hypothesen wie können wie wahrscheinlich ist es überhaupt unter allen möglichen denkbaren Hypothesen dass diese Daten zustande kommen und das was Sie hier unten sehen wird uns eben in der Inferenzstatistik sehr stark noch begleiten und das ist natürlich wenn Sie genau aufgepasst haben während ich gerade geredet habe die letzten zwei Minuten an diesem Beispiel und das mit dem A und B jetzt immer verglichen haben das ist natürlich der Satz von Bayes und wir sehen hier auch nochmal nur wenn für den unwahrscheinlichen Fall dass die Wahrscheinlichkeit die Daten zu beobachten gleich der Wahrscheinlichkeit wäre die Hypothese dass die Hypothese wahr ist zwei Dinge die haben erst mal überhaupt nichts miteinander zu tun aber wenn die zufällig die gleiche Wahrscheinlichkeit hätten dann würde sich das hier wegkürzen wie Sie sehen und es würde dann tatsächlich gelten die Wahrscheinlichkeit dass die Hypothese wahr ist gegeben irgendwelche Daten ist gleich der Wahrscheinlichkeit der Daten gegeben die Hypothese ist wahr was Sie hier sehen ist also der Satz von Bayes der sich eben wie wir gerade gesehen haben auch schon einfach aus der Multiplikationsregel ergibt und mit dem sollten Sie rechnen können und zudem machen Sie auch einige Beispiele wir haben hier jetzt im Satz von Bayes aber schon gesehen dass es oft ein bisschen ein Problem sein kann hier unten diesen Ausdruck die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses A zu bekommen das liegt uns oft gar nicht so einfach vor und das führt uns quasi direkt zum zum dritten und wichtigsten na nicht wichtigsten aber zum dritten zur dritten Rechenregel die wir uns anschauen wollen nämlich dem Satz der totalen Wahrscheinlichkeit ich kann es hier auch nochmal hinschreiben Satz der totalen Wahrscheinlichkeit das klingt ein bisschen ähm bombastisch total heißt aber in dem Fall nichts anderes als die ganze oder auch zusammengesetzt okay alles was der Satz uns besagt ist letztlich eine Möglichkeit dann eine Wahrscheinlichkeit zusammen zu puzzeln kann man auch sagen die uns eigentlich nicht gegeben ist wir hatten ja also beim Satz von Bayes gesagt eigentlich interessiert uns ähm vielleicht ähm so eine umgekehrte bedingte Wahrscheinlichkeit und dann hatten wir gesagt dann sollten wir auf jeden Fall die wiederum bedingte Wahrscheinlichkeit des Zustandekommens zum Beispiel der Daten A unter der Bedingung von B also gegeben dass B wahr ist haben wir müssten das mit so einer a priori Wahrscheinlichkeit multiplizieren aber dann eben teilen durch die Wahrscheinlichkeit von A diesen Marginal und der Satz der totalen Wahrscheinlichkeit kann uns hier helfen das zu lösen kurz gesagt sagt der Satz der totalen der totalen Wahrscheinlichkeit ähm wenn du ein Ereignis B nenne ich das mal vorneweg nur in seinen Teilen sozusagen ähm vorliegen hast dann kannst du die gesamte Wahrscheinlichkeit rekonstruieren indem du sagst die Wahrscheinlichkeit von B ist eigentlich jeweils Achtung und jetzt kommt wieder einer unserer Lieblingstricks nämlich der Trick einer gewichteten Summe mal wieder wir machen eine gewichtete Summe was zeichnet eine gewichtete Summe aus werden sie fragen eine gewichtete Summe braucht ein Summenzeichen und dann brauchst du irgendwie irgendwas was summiert wird aber bevor das summiert wird muss das noch mit etwas anderem gewichtet werden was ist dieses andere wir würden sagen wir haben von B offensichtlich noch nicht die gesamte Wahrscheinlichkeit sondern wir haben nur solche Teilwahrscheinlichkeiten zum Beispiel könnten wir sagen wir bleiben nochmal in dem Beispiel mit Geschlecht und Haarfarbe wir könnten sagen weil B so schön für blond steht könnten wir sagen was ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit blond zu sein unter Kindern zum Beispiel oder so unter Kleinkindern oder so was ist die Wahrscheinlichkeit blond zu sein also das Ereignis B wäre sozusagen blond dann kann ich sagen ich schaue wie viele Mädchen sind blond das wäre sozusagen die bedingte Wahrscheinlichkeit blond zu sein wenn man ein bestimmtes Geschlecht hat ich mache das jetzt hier in diesem Fall weil wir immer mit A und B gearbeitet haben mal mit mit A auf die Gefahr hin dass sie das besonders verwirrt und zwar eine Ausprägung dieser anderen Variable in dem Fall wäre das zum Beispiel das Geschlecht und diese Ausprägung die hat vielleicht auch eine bestimmte oder die hat sicher eine bestimmte Wahrscheinlichkeit und das mutet für sie jetzt wahrscheinlich alles ziemlich arbiträr an aber es kann eben oft der Fall sein oh es kommt aber eine schöne Sonne da hinten rein sieht ja sehr cinematisch aus jetzt geht das Licht auf einmal hier wir sehen auf einmal wir haben schon wieder eine gewichtete Summe aus bedingten Wahrscheinlichkeiten gewichtet mit den Wahrscheinlichkeiten sozusagen die uns hier bedingt haben den Trick haben wir vorhin schon mal verwendet wenn Sie zurückgehen zu den Rechenregeln zur Multiplikationsregel da haben wir den gleichen Trick gehabt da hatten wir gesagt eine Fläche B ist sozusagen vielleicht beschränkt auf was ist jetzt hier los achso falsche Schriftfarbe ist vielleicht beschränkt auf einen Anteil A J gleich 1 zum Beispiel und was hier so ausfällt wie ein Fußballfeld und auch noch auf eine andere Ausprägung A J gleich 2 zum Beispiel dann habe ich hier drin also sozusagen die bedingte Wahrscheinlichkeit von B gegeben dass A J gleich 1 ist und hier drüben die bedingte Wahrscheinlichkeit von B gegeben dass A J eigentlich gleich 2 ist ja wir machen jetzt hier in dieser Gewichtung quasi wieder den selben Trick wie immer bei einem gewichteten Mittel und wie wir es auch vorher in der in der Rechenregel der Multiplikationsregel gesagt haben eine bedingte Wahrscheinlichkeit wird quasi gewichtet mit der Wahrscheinlichkeit dieses bedingenden Faktors hier wenn man so will und diese Zusammensetzung führt dann also dazu dass ich dann einfach diese Teil Mengen oder diese Teil Wahrscheinlichkeiten also diese was man hier so halbe halbe Kuchen sieht aufsummiert und so die Wahrscheinlichkeit die zusammengesetzte oder die totale Wahrscheinlichkeit von B erhält um im Beispiel zu bleiben kann ich also fragen was ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit blond zu sein wenn du ein Junge bist und das muss ich irgendwie addieren mit der Wahrscheinlichkeit blond zu sein wenn du ein Mädchen bist was das gleiche ist wie in dem Fall jetzt einfach mal nicht Junge zu sein damit hätte ich sozusagen den ganzen Raum der möglichen Ausprägungen dieser zweiten Variable hier abgedeckt also diese zweite Variable A kann jetzt nur die Ausprägung Junge oder Mädchen annehmen und dann muss ich das eben jeweils hier noch gewichten mit der Wahrscheinlichkeit überhaupt einen Junge anzutreffen und das mit der Wahrscheinlichkeit überhaupt ein Mädchen anzutreffen wenn man dafür mal einfach kurz ein paar Zahlen erfindet damit wir das hier auch mal gemacht haben könnten wir ja sagen die Wahrscheinlichkeit blond mal Junge zu sein wäre vielleicht einfach 40% also 0,4 also 0,4 40% alle Jungen sind blond plus sagen wir mal bei einem Mädchen ist es unwesentlich mehr sagen wir das jetzt dann halt irgendwie 50% 50% und diese entsprechenden Gewichtungsfaktoren müssen wir jetzt aber natürlich noch berücksichtigen wie wahrscheinlich ist es denn ein Junge anzutreffen verkürzen die Problemlage mal darauf und sagen Jungs und Mädchen trägt gleich häufig auf also mal 0,5 mal 0,5 und jetzt sehen Sie da brauche ich jetzt keinen Taschenrechner auspacken das sehen Sie auch wenn ich das zu Ende rechne hier was ist das eigentlich da steht jetzt also 40% gewichtet mit der Auftretenshäufigkeit hätten wir früher gesagt also der Wahrscheinlichkeit diese 40% zu beobachten und die 50% gewichtet mit der Auftretenswahrscheinlichkeit dieser Klasse in dem Fall dieser Mädchen auch 50% das ist also eigentlich ein gewichtetes Mittel und da traue ich mich jetzt mal und sage da müsste 0,45 rauskommen das wäre sozusagen die gesuchte Wahrscheinlichkeit die gesuchte zusammengesetzte Wahrscheinlichkeit ein blondes Kind zu treffen wäre in dem Fall 45% dies die etwas vielleicht kompliziert anmutende Art wie wir uns Wahrscheinlichkeiten zusammenpuzzeln können ich möchte diese Vorlesung diese kleine allerdings dann aufhören damit Ihnen das nochmal sozusagen zu zeigen ich hatte vorher beim Satz von Bayes gesagt wenn mich zum Beispiel also in den Unterlagen haben sie dazu ein Beispiel zum Stimmenhören und zur Schizophrenie wie wahrscheinlich ist es eigentlich dass du jetzt schizophren bist wenn du sagst ich höre Stimmen ja dann sagt uns der Satz von Bayes wir müssen quasi sagen wie wahrscheinlich ist es eigentlich Stimmen zu hören wenn man tatsächlich an dieser Erkrankung der Schizophrenie leidet das muss aber gewichtet werden mit so einer a priori Information wie wahrscheinlich ist es denn schizophren zu sein man könnte auch hier etwas klinischer von der sogenannten Prävalenz sprechen wie häufig ist denn eine bestimmte Krankheit in dem Fall die der Schizophrenie und unten müsste das dann aber geteilt werden durch die Wahrscheinlichkeit Stimmen zu hören und das ist tatsächlich einer dieser Fälle wo gerade dieser Term hier unten wie viele Leute der Bevölkerung wie viele Menschen auf der Welt hören denn so Stimmen berichten das ob sie deshalb eben krank sind oder nicht sei völlig dahingestellt uns interessiert die zusammengesetzte Wahrscheinlichkeit dann können wir das eigentlich umformen indem wir sagen oben bleibt alles wie es ist Stimme Schizophrenie mal die Wahrscheinlichkeit Schizophrenie zu hören und hier unten können wir jetzt unseren Satz der totalen Wahrscheinlichkeit in den Anschlag bringen und wie ging der nochmal wir haben gesagt diese bedingten Wahrscheinlichkeiten für alle möglichen Ausprägungen der bedingenden Variable müssten wir das machen wir müssten also sagen was ist die Wahrscheinlichkeit Stimme zu hören Stimmen zu hören wenn man Schizophren ist das wird gewichtet mit der Wahrscheinlichkeit Schizophren zu sein Huch das ist ja genau dasselbe wie das was über dem Bruchstrich steht sehen Sie das das ist erstmal genau dasselbe aber hier kommt jetzt noch dazu eben die Wahrscheinlichkeit Stimmen zu hören wenn man überhaupt nicht schizophren ist sondern kerngesund kurz gesagt oder zumindest nicht an so einer schwerwiegenden Erkrankung wie Schizophrenie leidet also ich sage mal hier nicht Schizophrenie und das müssen wir mit der Gewicht mit der Wahrscheinlichkeit gewichten nicht schizophren zu sein und hier haben Sie jetzt Strich führen wir ein bisschen weiter hier haben Sie das ist ein schöner Abschluss für unser Video zum einen könnten Sie gucken welche Zahlen Sie hier so kennen ich kann Ihnen das mal so ein bisschen kurz hin improvisieren wir könnten sagen etwa zwei Drittel aller Schizophrenie Patienten hören irgendwann mal im Laufe der Erkrankung Stimmen oder berichten das Symptom der akustischen Halluzination also könnten wir ja da mal 0,66 einsetzen zum Beispiel an Schizophrenie zu erkranken ist aber insgesamt sehr sehr selten sagen wir mal vielleicht ein Prozent der Bevölkerung also Sie haben vielleicht eine Lebenszeit Wahrscheinlichkeit so kann man es auch sagen aber an Schizophrenie zu erkranken vielleicht ein Prozent also unbedacht aller anderen Varianten das ist ja ebenfalls eine totale Wahrscheinlichkeit ja wir haben da ja nichts Bedingtes die Wahrscheinlichkeit Schizophrenie zu erkranken und hier unten hätten wir jetzt dann also sozusagen nochmal dasselbe und dann stellt sich aber raus dass wir jetzt sozusagen diesen einen Term hier nicht kennen was ist die Wahrscheinlichkeit dass Menschen wie Sie und ich die jetzt nicht an so einer schwerwiegenden Erkrankung leiden wie der Schizophrenie trotzdem Stimmen hören gibt es ein paar Studien dazu die schätzen das auf etwa 10% also sagen wir mal 0,1 und jetzt kommt der entscheidende Trick das mache ich vielleicht auch nochmal in der Farbe wir hatten nicht der entscheidende Trick das ist so eine Floskel von mir ein wichtiger Trick den Sie am Anfang dieses Videos kennengelernt haben nämlich die Wahrscheinlichkeit nicht schizophren zu sein ist einfach 1 minus die Wahrscheinlichkeit schizophren zu sein ja also kann ich hier sagen 1 minus Punkt 0,1 ist also Punkt 99 sozusagen dann können Sie das mal zusammen hier sich durchrechnen das geht quasi hier nur rein und kommen dann auf eine Lösung die Sie hier einsetzen können und haben dann quasi en bloc fast alle Rechenregeln kann man sagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung die wichtig sind verwendet die die Multiplikationsregel oder die Regel mit der wir auch logische uns also Wahrscheinlichkeiten von zwei gemeinsam auftretenden Merkmalen ausgerechnet hatten hatte uns zum Satz von Bayes geführt und der Satz von Bayes führt gleichzeitig auch zum Satz der totalen Wahrscheinlichkeit und den Satz der totalen Wahrscheinlichkeit sehen wir jetzt hier quasi unten nochmal in Aktion oder eingesetzt und kommen so zum Ergebnis das Video abschließen möchte ich indem ich Ihnen auf den Weg gebe dass wir sagen wir haben heute zwar gelernt wie man Wahrscheinlichkeiten so nun ja definiert wenn man so will das haben wir über die Axiome getan wir haben am Satz von Bayes gesehen wie wir bedingte Wahrscheinlichkeiten aus anderen Wahrscheinlichkeiten auch aus anderen bedingten Wahrscheinlichkeiten ausrechnen können wir hatten sowieso gesehen dass die bedingte Wahrscheinlichkeit etwas sehr sehr Zentrales zu sein scheint wir hatten gesehen wenn A und B unabhängig sind dann ist die Wahrscheinlichkeit von B gegeben A völlig unverändert von der Wahrscheinlichkeit von B das heißt wenn ich was hatten wir denn letztes Mal bei der Korrelation als Beispiel für Unabhängigkeit wenn ich ihre Körpergröße kenne A bin ich so schlau wie vorher über ihre Intelligenz also wenn wir hier sagen würden die Wahrscheinlichkeit dass du sehr intelligent bist gegeben dass du groß bist ist einfach der gleich der Wahrscheinlichkeit dass du sehr intelligent bist das ist also ein Beispiel für Unabhängigkeit und das war das sehr Zentrale wir hatten quasi in Passant definiert eine Art Zufallsvariable aber der Begriff der Zufallsvariablen der war heute hier nicht zentral und der soll aus diesem Video hinaus sie jetzt interessieren ich bitte sie sich alle nötigen Informationen über das Konzept von Zufallsvariablen jetzt zu erarbeiten und wirklich für nächstes Mal brauchen wir auch dringend die Kombinatorik so dass sie also diese Woche wahrscheinlich nur wenn ich das richtig sehe dieses halbstündige Video bearbeiten werden oder 40 minütige und dann sich bitte noch mit dem Konzept der Zufallsvariablen das hier so ein bisschen anschließend beschäftigen werden und mit der Kombinatorik danke bis zum nächsten Mal Zufallsvariablen